Moin Moin, das hier ist einmal der Luftfilter. Ich habe jetzt für dieses Video einmal hier aufgestellt, weil ansonsten ist das ein bisschen schwieriger. Das ganze aber der saugt das ein, er ist relativ leise und hier hinten haben wir den Stromanschluss und dann kann man das ganze auch direkt in Betrieb nehmen.